Was ist dein Job? Ich bin Ausbilder hier im gewerblich-technischen Bereich, hier im Ausbildungszentrum. Werkbank oder Schreibtisch? Am liebsten Werkbank. Beschreibe die aktuellen Azubis in drei Worten. Oh, höflich, zuverlässig, opti. Was wolltest du als Kind werden? Schlosser. Was gefällt dir bei Schunk am besten? Das Mittagessen. Wie viele Azubis betreut ihr hier ungefähr? Circa 80 Azubis haben wir hier. Womit können dich die Azubis so richtig nerven? Wenn alle auf einmal kommen. Dein Schunkfrühstück. Kaffeestückchen oder mit Brötchen? Joghurt. Welche Azubis werden am dringendsten gesucht? Alle. Die Besten. Was macht dir an deinem Job am meisten Spaß? Das Arbeiten mit jungen Menschen. Einmal zum Prime oder Netflix? Gar nicht mehr.